Willkommen auf dem YouTube-Kanal Billys Clips. Wir haben heute eine unglaubliche Geschichte für euch, die zeigt, wie schnell sich alles ändern kann in der Welt der Promis. Stellt euch vor, ihr wolltet eure Schwangerschaft verkünden und dann kommt jemand anderes euch zuvor. Genau das ist Panagiotta Petrido passiert. Die 43-jährige Moderatorin von Vox war kurz davor, ihr Babyglück mit der Welt zu teilen, als Helene Fischer plötzlich verkündete, dass sie schwanger sei. Petrido dachte sich, das ist ein Zeichen. Mach das lieber nicht. Und so hielt sie ihre Schwangerschaft geheim, sogar bis einen Monat nach der Geburt ihrer Tochter. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie überrascht ihre Fans waren, als sie schließlich selbst auf Instagram verkündete, dass sie Mutter geworden ist. Eine wirklich unglaubliche Geschichte. Wir hoffen, ihr hattet ebenso viel Spaß beim Anschauen dieses Videos, wie wir beim Filmen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren spannenden Stories verpasst. Bis zum nächsten Mal!